Ich kann das ganze Spiel auch Speedrun-mäßig machen. Nicht so ein ganz perfektes mit den anderen Speedrunner, aber ich kann es tun. Zwischendurch mal einen Stuf Cola trinken, ganz wichtig, kann ich zocken. Ja, Glück im Unglück, würde ich mal sagen. So, eigentlich sollte die ja zurückspringen. Ja, die muss eigentlich da drauf. Ja. Und auch so. Oh mein Gott, ich hab... Woah, Siegfried? Nein, Siegfried? Nein, Siegfried? Kompliziert hier aufgebaut. Ja, das hängt übel. Aber ich hab's auch so hinbekommen. Äh, ja. Na ja, kann ich jetzt nichts ändern. Boah. Wow. Okay, das ist nicht normal. Ahhhhh. Bäh. Ok, dann speisere ich hier. Sorry. Warte, erstmal zurück. Hallo? Deshalb brauche ich einen Kontrollbuch. Hallo? Was ist jetzt los, Alter? Warte, ich stoppe kurz die Aufnahme und dann... Nee, das bringt nichts. Hm. Ja, mach ich hier gleich Aufnahme. Also... Hallo? Geh weiter. Dann stoppe ich hier mal gleich die Aufnahme. So. Keine Ahnung was los ist. Auf Part 6 überspeichern. Ja. Ich bin der Vorstand. Da bringen wir uns mal schnell um mit so glich. Ja. 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 Wenn sie hier runterfällt, dann stirbt die sofort. Egal wie hoch das nicht mehr. Ja. Okay. Dann, äh, wir sehen uns irgendwann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Thea Gemma.